Du kannst, wenn du willst, machst es jetzt wieder gut. Willst du es jetzt gut machen? Nein, ich will, dass du jetzt einen anderen machen lässt. Ah, du musst mal. Wollt ihr mal? Nein, ich bin, ich bin, ich werde dir gerade verfolgt, glaube ich. Das ist, ja genau, er wird gar nicht verfolgt, das ist Taktik. Aber mich könnt ihr auch einladen, falls es geht. Okay, der macht nicht. Na guck mal, die haben eine Wahl. Ey, die haben eine Wahl. Oh, scheiß. Oh, Mann ey. Das ist eine Diskriminierung. Hallo? Die haben eine Wahl, eine Anmod zu machen. Oh, so gut. Ja, ich kann die jetzt nicht zwicken. Was soll ich machen? Ja, eben. Ja, wer hat die Anmod gemacht? Eigentlich gar keiner, weil es eigentlich wieder zu genial ist. Aber freut mich auf jeden Fall, dass du eingeschaltet hast, hier bei dieser wunderschönen, souveränen Anmoderation, auch in der letzten Folge von Lakut. Nein. Das war ich nicht, das hat dann zusammengeschritten. Ich rede ganz anders. Das ist nicht normal. Aber mit euch kann man nicht normal aufnehmen, auch noch, wenn Atomlos auch noch dabei ist. Also mit 4 K.O. Ich habe doch gar nichts gemacht. Was ist denn da los? Ja doch. Ich mache da mich wegen dem Teppich schachtig. Und dann ändere ich es und dann passiert das. Ja, aber du hast den Teppich zu einem drickigen Teppich gemacht. Ja, und? Der ist doch nicht schön. Ich bin nicht ausgewachsen. Ich denke, du bist ausgewachsen. Nee, da fehlt ein Millizentiment. Es ist ja dann in der Aufnahme. Und kommen die eigentlich? Mach mal schnell Knopffilze. Uh, weil sie nicht. Ja, ich mache ja gerade Knopffilze. Okay. Da kommt irgendwas geschlattert. Das sieht aus wie ein, äh, wie Dings, wie Samantha rochen. Wächst da was? Ah, hallo, da bist du. Und wo bist du? Über dir. Oho. Ach, Mann. Ah, du bist dein Herze? Ja. Ist das von daneben? Es ist ein Zentimeter, der mir fehlt. Das ist wirklich Mobbing. Ich wachse noch 20 Sekunden. Ich mag Flux Aurea. Boah, weißt du, dass du 20 Sekunden wächst? Der steht doch da. Autsch. Wie geht hier bin ich abgestört? Boah, Alter. Ja, Lakut, das war jetzt so genial, wie du konntest bist. Er so traumhaft. Ja, wegen Sila. Ich seh den gar nicht. Ne, aber warte mal ganz kurz. Man sieht das, wie lange man noch wächst. Ja, und? Ja, und? Da kommt doch so ein Symbol. Mit dem Wachstum. Und da steht dann, wie lange du wächst. Seit wann spielst du das Spiel? Oh. Machen wir doch nicht so ne Angst. Ey, ich bin ja voll am Questen. Ich, wir gucken. Soll ich mir was zeigen? Soll ich mir was zeigen? Soll ich mir was zeigen? Ne, warte, warte, warte. Lass mich nur eben die Tikernisse. Soll ich dich angucken. Ja, aber ich weiß nicht, du machst scheiße. Nein, du sollst hier angucken. In dein Gefieder. Wow. Hast du gesehen? Okay. Das wäre jetzt ein schöner Teppich. Aber, ja, der sieht gleich aus, wie, wie, ja, nix hier ungut. Der sieht gleich aus, wie atemlos vorher. Ne. Auf gar keinen. Ne. Das ist ein Hummel. Ich hab schöne Muster. Aha. Okay. Ne, guck mal, ich hab hinten gerade die Streifen. Weißt du, was hart ist? Wämspuren oder was? Weißt du, was eigentlich richtig hart ist? Alle so immer eigentlich professionell. Ich geh voll auf Skill. Auf die Attacke. Und seitdem wir am Start sind, wer ist der hübscheste? Das ist, äh. Wo seid ihr denn? Da hier unten. In der Karte. In große Flakland. Warum? Ich dachte im Krater. Ja, es war ja fast. Er weiß nicht, wo das ist. Ja. Mach die große Karte auf und dann siehst du den Punkt von, äh, Malu. So, jetzt bin ich ausgewachsen. Jetzt können wir... Ne, Quatsch. Delta, von Delta. Entschuldigung. Ja, ich bin Delta. Ah, guck mal. Gut, ich bin ausgewachsen. Ja. Aber vielleicht sollten wir noch trinken. Habt ihr Durst? Ne. Ich hab den Krater gerade getrunken. Ey, wie viel ist denn da? Hab ich nicht geguckt. Für mich hat's gereicht. Der ist so hardcore. Ja, dann geh ich trinken erstmal da oben. Uh, Depri-Time. Oh, das passt zu uns. Die Revenge. Die Polizei haben wir hintereinander gestorben direkt. Eigentlich viermal. Weil alles hintereinander. Lass uns alles dort jetzt... Ne, das Teufel. Wir töten da jetzt. Achso. Ja, also ich wäre jetzt ja wirklich, haben wir bereit, dass wir was töten. Ja, ja. Ich geh jetzt kurz was trinken. Und dann... Und dann... Und dann... Ich sterben. Ja, das ist eine andere Betrachtungsweise. Ich bin die Luftunterstützung. Ich geh vor, um zu gucken, ob da so sicher ist. Jetzt bin ich auch ausgewachsen. Heißt, ich mach mehr Damage... Weil ich hab echt kaum Damage gemacht, ne? Weil sie heranwachsen war doch schwer. Ja, bist du abgestürzt? Nein, ich bin... Quack der... Elegant... Elegant gelandet. Ente tot und Anno tot. Hintertod, alles gut. Ne, Quatsch. Dass man die Ente überlebt hat. Ja, ich weiß, dass du meinst, ich komm jetzt auch nicht auf deinen Satz. Ey, der war doch irgendwie so, aber der hat sich geweimt. Ende gut, alles gut. Ach ja. Ja. Wie soll... Wieso was? Wie ist das schön, ey? Wir kommen jetzt mit dem Tisch wangen. in Stuttgart aber es war gut auch hier haben wir unseren Tod gefunden das ist schnell weggehen komische Erinnerung ich werde hier auch gestiegen gibt's uns hier noch oder euch ich bin jetzt im Klater, wenn die immer noch hier liegen würden ich wollte kurz sagen wo bist denn du im Krater ja echt ich schreibe hier immer dran da ist Malu ich hab alle die Haut ne du nicht? du hat Erde auf mir ich muss erst mal hin denken ich hab keinen Ausbau ne so was töten wir also wir picken uns einen raus doch alles ja ihr habt jetzt nen Harz ne deswegen das heißt ich schnabel will und ihn wegschießen und ich kann die Rolle machen und ich kann keine Sachen aufnehmen aber jetzt sehe ich ja nix ist ja nebelig da ist ein Raptor rechts da wird gekämpft ein Tanky ist da der mit sich selber spielt keine Ahnung mit Problemen das ist nur gefehlt oh ein Rex ist hier auch ein Latten äh nicht Latten hier Stroti ey wenn das wie sieht das aus mit Fassanius und ich denke immer an Fassanius wenn ich hier an Stroti sehe ist der da guck mal ob der ne ist nicht hier auf dem Server ach so was eigentlich mit oh da wird einer angegriffen oh ja ne ach so wer denn ach doch nicht den Stroti ja den kann ich aber hochheben aber der ist zu schnell also wenn ihr wollt aber ich habe das Gefühl der Tanky gehört zusammen mit dem Rex sonst jagen wir den Rex wo ist der Rex? der ist doch bestimmt die Haut der ist hier in die Richtung ach ja der könnte die Haut haben ne hier ist der Tanky der Tanky dreht durch ja ja malo hat immer noch Problem und wir gehen einfach weg er macht ja den Stroti malo da der malo hat ja angefangen ne der malo ist schon wegen Stroti gestorben und der Stroti macht Schaden ah der EO guck mal wer da oben ist oh ich glaube ich weiß wen ich töten will den da oben ich seh nicht aber schon ein bisschen du musst ein bisschen näher ran wegen PS Traffic und so Scheiß Regen äh die Sache ist hä? der hat schon weg nein fuck ich bin zu spät oh bisschen zu spät scheiße mann hättest mal ein bisschen picken können ja wollte ich ja auch wir würden sogar runter schubsen kacke ach man bei ihnen habe ich jetzt auf den Kicker gehabt warum? ich wollte ihn töten aber wusste der Rex ja eher dann hat der sich auch ausgelockt sag mir nicht dass wir so viel pech haben ach ne ich pleit mal nicht hier romm und gucke aber wegen dem blöden Regen seh ich kaum was also den tanki immer vergessen ja der macht uns fertig der ist auch ausgewachsen ja ja also ich kann zwar auf ihn drauf ich dachte wegen hochheben aber ich kann den baby tank ist hier ist ein schwarz blauer kaktor hier ist ein petri ah ok ok malo hat angriffen wir greifen den an ja ich kann da nicht viel machen ich guck mal wenn er die attacke macht so jetzt ich bin drauf ja ich kann euch da nicht helfen wenn ich lande und er macht ihm etwas schaden aber ich muss ausdauer tanken aber er hat ein bisschen blutungsschaden das ist auch noch im spiel ist doch besser nach gut was auch war immer rutschen zu kommen der weg war der fünfte tot so haben wir wieder am start ich mach mal verzeihung die frage ist das die gehören zusammen ok ja und malo der macht als hat er gegen seinen kollegen hat leider kein skill drin wo ich im flug decken kann gegen den spino das heißt ich müsste landen dann eben ich bin drauf ich bin drauf ich beißte ich beißte ich bin auch drauf ja aber das trifft mich nicht er macht seinen kollegen schaden ist der doof und weg springen wir kriegen den kommt jetzt ausdauer farmen ich hab gleich kein groß scheiße ich muss ausdauer schlägt mich hin weil ich irre bin aber ich will schnell ausdauer haben verdammt von beiden seiten oh ne mit noch ein hat sich wird bekloppt oh nein ach Drecks oh Laput ist das fünfte mal gestorben schon ja wie richtig du gehst genießt wieso haben sie jetzt auch noch einen hatzen ey ja ja das ist mixpacking hier vom feinsten ne aber ich find den tanky lustig weil der greift sogar seinen kollegen an also weil er ihn verteidigen will ich hole jetzt die übermacht die übermacht oh nein jetzt kommt er jetzt kommt er mit dem rampy alter ins tutti der war rampy nochmal oh ich bin tot ich bin raus ich bin tot so ein schwein ich muss leider aus der kuppe gehen weil ich muss behellen aber ich konnte nicht bist du tot alter ja leider er ist nicht so gesprungen wie ich wollte ich war dann unter dem kade aber wegen euch verliere ich immer meine ausgewachsenen die ich bin großer feder aber es geht kann ich ja quest ja aber ey mixpacking vom feinsten let's see wir machen jetzt hier mixpacking das ist ja vom feinsten die haben nur eine pflanze und zwei fleisch ja aber flug ist was anderes haben wir doch gelernt ok schreibt nicht noobs mixpacking wo bin ich denn großer federsee ist das scheiße in der teil oh du hast glück ich bin auf dem weg sehr schnell wirst du in der teil ah stellt mal ne gruppe unten rande ja ich bin gestorben ihr seid ach ja da kunst du auch gestorben sind alle gestorben sind alle gestorben ja nein ich nicht ich nicht ich nicht na stell du die gruppe dann wissen wir wo du bist und wir können zu dir ich war voll schnell bam 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 wo lang ach du scheiße können wir porten bin es nicht gewohnt selber laufen ich kann nicht porten ich habe nur 247 Münzen was habe ich denn eigentlich ich habe 723 und ich bin nass die meisten hat atemlos 800 ich habe nur 100 ich brauche das für eine neue hau ich brauche das für eine neue hau guck mal ich bin bei meinem jetzt äh was bin ich mit dem jugendlicher und ich werde gleich alle fertig machen bist du ein jugendlicher? ja ah er hat ein Motze hm also denke ich mal ja oder? ja ja ich wusste es sein nein jetzt will ich ausgepasst sein jetzt kann ich sein was belastend mit euch weiß ich zu wenig marken sorgt dafür dass alle einen debuff habt also die gegner ja ja wir ne damit so schön weniger kitz ne die gegner haben einen debuff während ich an den hängen wegen der haut und alles und mit meinem biss auch noch einen debuff dass die sich langsamer drehen können und in der zeit könnt ihr die alle kalt machen ich bin ein supporter ja ich bin fast schon wieder ausgewachsen ich bin wirklich krass was das angeht aber ich bin ja nur jugendlicher aber ich mache hier sowieso kein schaden auch weil es ausgewachsen ist und da ist das scheißig ich fliege in die kalte Richtung ne doch nicht aha ne ne das war er hier Delta ja ja mit seinem roten ich bin gleich Pickelberg welches? da bin ich ja auch weißt du denn was ich meine mit Pickelberg? bin ich jüge ne ne ah die sa ah ah arzindus weiß was ich meine mhm was denn na na ja was ich mit pickelberg meine malu anscheinbar nicht es ergibt sinn okay und austin würde ich anders deklarieren aber das können wir nicht machen ich weiß direkt dass du daran denkst fast ausgewachsen ja ja ich gehe ja ich bin ja ja genau ich habe ich oft dass ich das falsche droppe ich weiß gar nicht was das falsche wäre wonach sieht das denn noch aus wenn es kein pickelberg ist meint also den vorbau einer weiblichen person ich lasse das einfach unbeantwortet ziemlich gut ausgedrückt ja weil du hast gedroppt wegen dir muss ich die folge auf fsk 18 ich sage deswegen nur klar manche animes sind schlimmer ja das stimmt ne busenberg ah titikakase ja aber atemlos kriegst du mal mit ja mach ich doch ja ja ich hab mir hier gerade feld ja ok aber das ne hallo ja genau mal ein bisschen ich bin ein krashalgen ich bin ein krashalgen ich bin ein krashalgen ich bin ein krashalgen ich bin gleich beim krashalgen das ist schon ein krashalgen ja gleich davor ah ich krieg Hunger miese ist da gibt es keine Fische im Krater aber ist wieder genial wie erfolgreich wir waren also wenn wir mal eine Resonanz ziehen vor allem hier dieser Dusk oder wie er heißt der schreibt normalerweise bin ich gut im fliehen aber heute zu oft sind einander zerfetzt worden ja ja ich weiß was du meinst das ist wirklich ein bisschen last interessant ich bin zweimal gestorben nur ich in kurzer Zeit nicht vier mal ich bin glaube ich nur vier mal gestorben ich dreimal ja ich vier mal mhm weil ich rein um euch zu retten deswegen sterbe ich dauernd und die haut dann mal ab also ich wurde einmal in den Tod geportet das ist mir auch noch nicht passiert ich war in der Hoffnung dass er stehen bleibt und realisiert hallo Pflanze aber der hat realisiert glaub mir wir waren nur sauer dass wir einen Potsdam benutzt haben weil er entscheiden wollte ja wahrscheinlich ne keine Elternliebe bekommen ja es kommt mal zu erklär den das mal oh Gott wir haben kein Regen Alter wie hat das denn aufgehört ja aber jetzt Schnee super ey wir sind bei Stranger Things ey ooh naja ich ships kennt ihr näh ne ersten mute ance енти aber hat jetzt mal gesehen ah wo angezeigt wird wie lange du noch wechs habe ich hoffe nai nai nea weil der hier äh ь Akut hat mich erschrocken als er mit dem Hatze kam Higa in mir schuld alles was bei dem leben nicht läuft da gibst du mir die schuld ja man kann ja nicht bei sich selber suchen das ja jetzt dann habe ich meinen kleinen zähigen türrahmen geknallt jetzt wirst du schuld ernsthaft ich werde zu aggressiv gegen den gegenstand ich beleidige das so hardcore durch ich weiß nicht warum das macht mich hochgreif aggressiv wenn ich gegenstoße wirklich den c ich kenne dass das tut so weh vor allem im bett kannte oder so wie der aussehen müsste ich habe mal so ein geile meme gesehen von so ein bild von dem c wieder aussieht so gezeichnet dass er immer leidet weil er übergegen knallt bei immer er knallt nur wogegen große c bei mir auch deswegen habe ich nicht gebrochen kleiner ist auch klein habe ich aber noch nie gebrochen meine mutter hat sich den kleinen zähigen wochen weil sie gegen geknallt ist das ist dagegen geknallt gegen kaufschen ausgewachsen ich bin auch ausgewachsen abgeschafft wir können also ich bin kater ja wir müssen noch ein bisschen warte mal müssen wir hier lang ich bin keiner ich kann jetzt alle abpacken auf die nerven es schneit sag ich doch das ist ja wohl keine asche das sagen ja so ich habe das nicht gesagt ich bin normal normal der cooler nur wenn der schnee auch liegen bleiben würde war ja mal schneelandschaft ausrutschen und dann genickt gebrochen tot der hat sie wird gejagt ja das bin ich ach so ok dankeschön wir sind doch gar nicht da angekillt ne ach so ich kann den namen erzählen wegen delta wir sind schon absolut ist doch bist du in der leiche drinnen ja ich bin vor dir genau von deinem gesicht also wie weiß was mich aber trinker achten muss jetzt müsste so ein kopf kommen ja was hat man sich auch schon mal ja ich würde glaube ich die aufnahme instant damit beenden das würde eigentlich so alles sagen ich brauche mal kurz ausdauer ich lege mich hin ich liege sogar hübsch ich bin das schnell und wendig nur hier ist asche sagen manche einer mich einatmen tschernobyl wieso ist mein ton weg ein ton weg meiner nicht also aufnahme gerettet meine stimme war gerade weg von dem rafter ok ich wollte suchen hallo ja wir haben die ente sehr weit gebracht heute ich bin ja wenigst nicht gestorben ja das war ja auch am stich lassen ja ich kann ich wurde in den tod gerissen also geholt es ist für immer ich habe alles richtig gemacht und trotzdem gestorben hier ist nach hinter dir ist er nicht auch nö auch ich hasse alles auch da gefallen auch atemlos kann ich doch jetzt nichts früher nicht er kann ich fliegen lakut ist gerade nicht in der nähe deswegen kann ich ihnen die schulden nein ich bin auch unter gefahren er kann ich ja ja ich komme mir nicht hinterher es habe ich keine ausdauer mehr keine sorge der skill baum kommt gleich ich hoffe das sieht mich ich muss dahin gerade ausdauertanken bevor ich irgendwo wieder rein springen bist du denn ja ich will da irgendwie hoch ich habe mich doch hier scheiß felsen ich geh ins was hast mir scheißegal jetzt ich hasse es er will dich jetzt selbst nicht jetzt auf ihn drauf ach Germany ist auch wieder am start oh ne das war sowas von kacka jetzt das ist meine ausdauer weg ich gehe unter wenn ich jetzt sterbe ja ja aber warte ich schaffte es denke ich hoffe ich muss sieht richtig aus angst wenn ich da jetzt nicht hochkomme ich habe es ja nicht alles gut kamera lebt ja die kommen doch nicht aus da wird zu mir und wieder zu mir runter oh ich bin auch unter Mist ey wir können den ruf machen wir können den raptor ruf machen wenn ich habe wenn ich auch wieder auf die anderen stelle wenn wo ich hatte war einer drauf und dann bin das auch gestürzt wir sind fast da die eilen ich mache noch fünf Minuten nächstes Mal im Chat frohe Ostern danken wir Judas für das verlängerte Ruf am Ende oh ne ich darf nicht lachen ne davon distanzieren wir uns ja aber das kam random da kommt ein hallo ich muss sagen aber der ist schon gute guck mal wie der stecht haben wir uns noch ein bisschen bisschen spaß im leben muss man verstehen man darf ja nicht mal alles zu ernst nehmen ne der ist mir gefallen der ist mir gefallen wir kommen ich komm mal ich bin ich bin ich bin ich bin es gibt klug weil der kippe rolle machen du stirbt ne bestellte stimmst nein aber ich bin außerordentlich ist aber gleich rot wo kommt denn der hat das buch nein daneben gesprungen kriegt auf jeden fall ein debuffer nicht auf dem tauchen das ist ein externe will die euch ich bin auf ihn der läuft nur hinterher weil diese hübschen dachtest du im wasser warum ist alles schneller als ich so knapp hinter hinter auf mich herum zu laufen so dann wieder auf ihn drauf er geht ins wasser und denkt ich fall drauf rein also so drücken wir auch noch so ich bin drauf hat zwar viel schaden aber ja dann geh doch ins wasser das war denn dass wir ein wasserproblem haben ja aber ich nicht ich wisse wieviel leben der hat würde ich trotzdem riskieren wenn ich auf den kauf fahre alles neben der kauf er kann aber nicht heilen und lange ich offen bin und den hier machen oh mein gott der hat's oh mein gott raus jetzt hat er ein problem er kommt nicht hoch also wenn ihr es schafft gleich ist er auf unserer seite er ist auf unserer seite sehr gut oder hat sie fliegt los bleibt stehen ja aber ich werde ja dann ja von berg auf sehr gut der kano ist auf unserer seite muss nur aufpassen er ist fast tot ganz ehrlich den hole ich mir auch im wasser ist mir so egal ist das tod wir alle einfach ins wasser gehen ja ich habe was ich ertrinke der hat mich bitten ich glaube ich sterbe ich habe angst aber das ist der beste moment um die folge zu beenden und ich glaube mit diesen worten verabschiede ich mich von der folge hat mich auf jeden fall gefreut dass du eingeschaltet hast hier bei der frekten runde aber ich denke einladen braucht ihr mich nicht mehr hat mir auch nicht vor ich sterbe zu oft mit dir es ist wirklich genial gewesen ne und danke auf jeden fall euch drei dass ihr mit am start wart ist das erste mal in dieser konstellation gewesen schwieriges wort ich habe es gedribbelt wow amazing kennt ihr das so wörter wenn du weißt jetzt kommt drauf an und man verkackt die wörter ich hasse das nicht so gut ja ja aber geile bilder hier gerade die ich habe ist wirklich wunderschön auch mit dem glühwürmchen mit dem schnee das ist schnee diese zeit nehme ich mir mit dem glühwürmchen da kannst du ein thumbnail nehmen wunderschön ja natürlich weil wir haben uns nicht richtig verabschiedet aber jetzt mit diesen worten ich wünsche euch alles gute danke dass eingeschaltet hast bis zum nächsten mal mit diesen oder mit diesen man sagst du nie so tschau tschau